Jetzt erhitzt er die Pinienkerne und jetzt kommt der Basilikum dazu und die Knoblauchzehe. Frischer Knoblauch, ganz wichtig. Ich hoffe ich krieg das auch hin mit dieser wahnsinnig kraftvollen Platte. Soll ich das ein bisschen angesehen? Pinienkerne, Pinien. Haben Sie jetzt schon mal eine Zitatserie gemacht? Die sind nur gleich den Stecker auf dem Stecker. Guck mal! Das ist Parmesan. Das ist Parmesan? Nein. Okay Chef. Nein, das war eine Frage, ja? Ach so, doch doch. Ich dachte ich darf noch nicht. Mann! Sind Sie bereit? Nein! 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 Ich glaube das ist ein bisschen schweizig. Ein recht kräftiger Rosé mit 14% Alkohol. Ungefiltert abgefüllt. Da ist ein bisschen Hefe drin. Also wenn der ein bisschen trüb erscheint oder so, nicht wundern. Das ist wie beim Hefeweizen, wie beim Weißbier. Da ist ein bisschen Hefe drin. Okay.